Hey Freunde, willkommen in Israel. Das wäre fast an mir vorbeigegangen, dass die Syrien-Karte für DCS erschienen ist. Ist irgendwie eine ganze Menge in letzter Zeit. Erst der Flight Simulator 2020 erschienen, jetzt kommt die Syrien-Karte und so weiter und so fort. Gerade viel zu tun. Wir fliegen eine israelische F-16 und stehen auf dem Ramad David Airport oder Airbase und schauen uns ein wenig Syrien an. Warum fliegen wir eine israelische F-16? Naja, weil es sich gerade voll anbietet. Es ist gerade etwas halbwegs Historisches, naja nicht halbwegs, es ist gerade etwas Historisches passiert, denn zum ersten Mal sind israelische F-16 unter anderem mit genau dem Anstrich, den wir hier gerade sehen, in Deutschland gelandet. Genauer gesagt in Nörvenich. In Deutschland findet gerade die Übung Blue Wings 2020 statt. Das ist eine Übung im Sinne der MAG Days, MAG für Multinational Air Group. Und ja, da sind israelische F-16 halt nach Deutschland geflogen und die trainieren jetzt hier in deutschem Luftraum zusammen mit unseren Euphys. Das finde ich schon ziemlich historisch und ich dachte mir, wenn wir jetzt schon in Israel fliegen, warum nicht direkt mit einem israelischen Anstrich? Cool, wir stehen auf Ramad David. Ich habe mir absichtlich die F-16 ausgesucht, nicht nur wegen dem historischen Aspekt, sondern, naja, man hat hier halt einfach echt schlicht die beste Aussicht. Ich möchte nämlich heute nicht nur einfach so über die Karte fliegen und ich glaube, wir können mal direkt die Runway hier nehmen. Wir schauen uns heute die sechs UNESCO-Welterbestätten an. Syrien ist voll von Welterbestätten und wir fliegen da mal einfach hin. Ich bin da noch nicht drüber geflogen, es ist gerade auch das erste Mal, dass ich hier auf der Karte bin. Wir schauen mal einfach, was passiert. Vielleicht ist nicht alles modelliert, das kann ich zum Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Ja, ich mache das gerade wie jeder gute militärische Pilot und sage einfach, make it happen. Cool, und ich bin schon ewig keine F-16 mehr geflogen, das kommt oben drauf. Ihr seht den Flugplan rechts so halb im HSD, das sind einfach die Wegpunkte, die ich mir genau auf die Welterbestätten gesetzt habe. Wir fliegen den jetzt nicht so im Zickzack ab, ich versuche mal, dass wir erst hier hinfliegen, dann hier, dann da und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich mal eben auf meinem zweiten Monitor meinen Spickzettel aufmachen, sonst weiß ich gleich gar nicht mehr, wo wir überhaupt genau hinfliegen. So, Spickzettel ist auf, dann soll uns auch nichts mehr abhalten. Na, die Runway wird hier ja wohl lang genug sein für ohne Nachbrenner. Oh, ist das eine Umstellung, wenn man jetzt gerade irgendwie vor gefühlt fünf Minuten so eine kleine Mini-Chesna im FS2020 geflogen ist und jetzt wieder auf so einem Raketentriebwerk drauf sitzt. Mein Gott. Auch vielleicht wäre Nachbrenner eine coolere Idee gewesen, weil wir sind voll beladen, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben drei Treibstofftanks drunter, weil ich noch keine Ahnung habe, wie lange wir überhaupt brauchen. Ja, ein paar Turbulenzen, aber das ist okay. Schick. Das gefällt mir. Es ist zumindest keine richtige Wüste mehr, also schön viele Grün- und Brauntöne, nicht ganz so viel Gelb. Schön. Cool, dann fliegen wir doch mal als erstes Wegpunkt 3 an. Wegpunkt 3 ist, jetzt muss ich rechts spicken, Wegpunkt 3 ist das Amphitheater und die Altstadt der Stadt Bosra. Und vielleicht sollten wir da nicht mit 580 Knoten drüber knallen fürs Sightseeing, wäre eine langsamere Maschine eigentlich cool gewesen. Hey, ich hätte die Christen Eagle nehmen sollen, das wäre doch mal voll die geile Idee gewesen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch noch viel länger unterwegs. Das sieht doch landschaftlich wirklich gut aus. Performance kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Ich habe wieder meinen FPS-Counter mitlaufen. Und das sieht nach sehr stabilen 60 FPS aus. Überaus stabilen 60 FPS. Gerade am Boden hatte ich mal zwischenzeitlich kurz 55. Aber hier oben ist ja alles super. Mal gucken, wie es gleich wird, wenn wir über Damaskus und Aleppo fliegen. Da sind auch noch zwei Weltkulturerben. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir fliegen. Die Chance ist relativ groß, dass ich zwischendrin einfach mal ein bisschen beschleunige. Denn ich werde die jetzt einfach hintereinander weg abfliegen. Das wäre voll dämlich, wenn ich mich jetzt irgendwie in die Luft einfach nur da hinsetzen würde. Es ist auf jeden Fall eine ganze Strecke. Also wir werden einmal im Prinzip Syrien von Süden nach Norden hochfliegen. Wir sind jetzt gerade in Israel gestartet und hier irgendwo hat die Grenze zu Syrien wohl gelegen. Und das ist eine ganz schöne Strecke. Ihr seht, mein HSD steht auf 240 nautischen Meilen. Und ja, der Flugplan geht halt auch irgendwie weit hier raus. Also ich werde jetzt ein bisschen unterwegs sein. Ich beschleunige das mal ein bisschen. Und wir reden einfach gleich weiter. Ach was, ich kann euch auch hier weiter zuquatschen. Denn Credit, where Credit is due oder Ehre, wem Ehre Gebühr. Die Idee für diesen Flug stammt nicht von mir. Die hat mir der Jan gegeben vom Discord. Springt da gerne rein, wenn ihr möchtet. Ich nutze diese 30 Sekunden Flugzeit gerade mal für schamlose Eigenwerbung. Das da unten ist die Stadt Bosra und angeblich soll es darin ein Amphitheater geben. Mal schauen, ob wir es finden. Falls ja, wäre es Teil des UNESCO-Welterbes. Schreit bitte, wenn ihr irgendwas seht, was nach Amphitheater aussieht. Oh, die Ansicht könnte jetzt einmal springen. Mein Zoom-Drehregler liegt ganz vorne und ich wollte eigentlich gerade reinzoomen. Achtung. Zack. Da ist auf jeden Fall noch irgendwie freies Feld. Das sieht nach Schlammgrube aus. Schade. Ich sehe nichts, was nach antiken Ruinen oder gar Amphitheater aussieht. Auf der Karte im Missionseditor war hier so ein grauer Fleck irgendwie. Ich hatte gedacht, dass das das ist und ich meine sogar, das wären genau die Koordinaten gewesen. Schade, dass der erste Punkt direkt ein Reinfall war, aber schönes, schönes Städtchen. Gut, weiter geht's zum... Oh, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Weiter geht's zum nächsten Städtchen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan mit dem Wegpunkt oder so, aber der lag doch da drauf. Naja, hinten links. Perfekt. Als nächstes gucken wir uns die Altstadt von Damaskus aus, die im Prinzip genau rechts von uns liegt. Das ist mein Steuerpunkt 1. Dann schauen wir uns doch mal Damaskus an. Die Altstadt von Damaskus ist auch ein Weltkulturerbe seit 1979. Und das Amphitheater und die Altstadt von Bosra übrigens seit 1980 ungefähr. Mir fiel übrigens auf, dass ich eigentlich schon das ganze Video lang total plemplem war. Das mag ein wenig der Hitze geschuldet sein. Da fällt das Lenken schwer, denn ich bin das ganze Video lang mit der F-16, mit dem getönten Cockpit-Glas geflogen. Das macht die Karte etwas gelber, als sie eigentlich ist. Das nächste Video ist ohne getöntes Cockpit-Glas. Versprochen. Damaskus sieht von hier aus ja schon relativ groß aus. Einfach schön, wie man da hinten schon die Stadt sieht. Und hier sieht man ein paar einsame Hütten, wollte ich jetzt schon fast sagen. Da sieht man ja fast aus wie ein paar Bunker. Okay, Damaskus ist nicht klein. Mal gucken, ob wir einen Unterschied in der Altstadt erkennen. Der Wegpunkt da vorne liegt ziemlich genau auf der Altstadt. Mal schauen. Und auch hier gerade immer noch stabile 60 FPS. Hey, die Karte scheint wirklich verdammt performant zu sein. Das gefällt mir. Und da scheint auf jeden Fall schon mal direkt neben dem Wegpunkt ein Gebäude irgendwie relativ weit raus zu ragen. Und die Häuser sind da auf jeden Fall auch schon ein Stückchen kleiner. Hier auf jeden Fall. Das könnte doch Altstadt sein. Ja, 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 ist ja gut. Auf so einem WFA-Flug, da kommt man halt nun mal ein bisschen tiefer. Selbst hier jetzt mit den ganzen Häusern immer noch stabile 60. Puh. Nicht schlecht. Sogar so stark reingezoomt. Und hier so ein kleines, abgrenzbares Viertel. Cool. Und ja, das sieht, das sieht doch eindeutig nach Altstadt aus. Mit Kirche und riesiger Moschee und kleinen Gebäuden. Auch wenn die Gebäude, also gefühlt sehen die Gebäude ein bisschen zu modern aus. Aber naja, meckern auf hohem Niveau. Sehr schön. Auch die unterschiedlichen Farbtypen und wie es dahinter wieder größer wird. Und da scheint doch, ist das ein Stadion? Zwei Stadien, drei. Hier ist ja auch noch eins. Ohne Linienmarkierung. Was wird denn hier auf dem Teil der Welt so für Sport gespielt? Spielen die auch Fußball? Okay. Und einfach dreimal das gleiche Stadion hintereinander. Aber hey, Stadien. Cool. Hätte ich mir manchmal in Nevada gewünscht. Okay, Altstadt von Damaskus. Das nächste UNESCO-Weltkulturerbe abgehakt. Dann geht's weiter mit, 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 mit. Wegpunkt Nummer zwei. Wegpunkt, nein, nicht 127. Wegpunkt Nummer zwei. Das sind die Ruinen von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Ruinen von Palmira. Und übrigens, nochmal kurz zurück zum Amphitheater von Bosra. Gerade eben, während ich hier nach Damaskus geflogen bin, schande über mein Haupt mit Autopilot an, habe ich mal eben schnell auf Google Maps nachgeguckt. Und ja, ziemlich genau da, wo ich vermutet hatte, dieser leere Fleck, da hätte ein Amphitheater stehen sollen. Das wäre ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe gewesen. Gut, 117 Meilen Flug und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Treibstoff rausblase. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie weit wir, ach, das geht aber. Das ist jetzt wahrscheinlich die längste Strecke auf dem Flug, oder? Dann noch da runter und einmal da hoch. Ja, da, da kann ich mal ein kleines bisschen mehr rauspumpen. 9000, wir haben noch 11, ja, anderthalb Stunden Flug, das passt. Und währenddessen nochmal Damaskus genießen. Eine schöne, schöne Stadt, wirklich nicht so gleichförmig. Immer wieder größere Häuschen, kleinere Häuschen und sogar bis dahinten auf den Berg rauf, sogar auf den Berghang. Und da hinten noch irgendwelche Ausläufer. Schick und hier auch noch ein etwas größeres Gebäude mitten auf dem Berg. Wenn ich jetzt wüsste, was das ist, wenn ich mich hier in der Region jetzt ein bisschen mehr auskennen würde. Wenn ihr eine Ahnung habt, was das für ein riesiges Gebäude auf dem Berg ist, bitte mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Und hier sehr viele Felder, noch ein kleines Dörfchen und generell überall sehr viele kleine verstreute Dörfchen. Aber das war ja durchaus zu erwarten. Wir schauen uns heute übrigens nur, naja, in Anführungsstrichen nur die Weltkulturerbestätten in Syrien an. Während hingegen der Libanon auch noch welche hat. Ich glaube, fünf Stück, das sollen, glaube ich, allesamt Ruinen sein. Aufgrund der Fluglänge habe ich die nicht mehr mit in dieses Video genommen. Die schauen wir uns einfach im nächsten Video an. Da vorne sollte man so ganz langsam Palmyra sehen können. Zumindest die Outlines der Stadt da auf dem Berg. Das könnte doch schon eine kleine Burg oder sowas sein. Palmyra oder ich glaube auch Tatmor oder Tatmor wird es heute genannt. Da bin ich nicht mehr allzu belesen. Ist eigentlich sogar eine ziemlich alte Stadt. Da hat man wohl auch bedeutende Funde aus der Jungsteinzeit und sowas entdeckt. Da stehen heute oder standen mindestens sehr viele eigentlich sehr bedeutsame Ruinen rum, die leider, ich weiß nicht genau zu welchem Grad, aber leider 2015 vom IS zerstört wurden. Ich weiß nicht, wie viel davon heute in der echten Welt noch übrig ist. Ich fände das extrem bedauerlich und ich bin gespannt, was wir hier davon noch sehen werden. Ja, noch eine ganze Menge. Cool, das steht. Sehr, sehr cool, dass das drin ist. Oh, direkt sogar mit Flughafen. Schön, dass das drin ist und eine absolute Schande, dass man sowas zerstören muss. Sowas von so einem geschichtsträchtigen Wert. Ganz egal, welcher Ideologie man folgt, aber ich möchte hier nicht zu viel über Ideologien, Politik und so weiter und so fort reden. Die Burg auf dem Berg könnten wir uns doch nochmal von nahem angucken, oder? Ja, also das drin ist. Sehr cool. Ich bin mir gar nicht sicher, was das genau für eine Burg ist. Eventuell ist das eine Kreuzfahrerburg. Da kann ich aber gerade nicht so viel zu sagen. Okay, auf jeden Fall können wir das nächste Weltkultur-Erbe von der Liste abhaken. Die Ruinen von Palmyra, wie auch immer man das genau ausspricht. Unser nächstes Ziel hingegen wird eine Kreuzfahrerburg. Steuerpunkt 5 auf der Liste der Weltkulturerbe als nächstes. Oh mein Gott, wie spricht man das aus? Krack? Krack de Chevalier? Ich habe keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Im Deutschen schreibt man scheinbar mit K und K. Im Original scheinbar mit C und C. Bei de Chevalier bin ich mir relativ sicher. Krack, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es eine Kreuzfahrerburg sein, die so grob um das Jahrtausend erbaut wurde. Ich bin gespannt. Und wir fliegen da mal hin. Das wird wieder so ein 10-Minuten-Flug. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr, was ich euch in den Fast-Forward-Pausen noch erzählen soll. Deshalb lasse ich euch das jetzt einfach in Ruhe genießen. Das wird wieder so ein 10-Minuten-Flug. Da vorne auf dem Berg sollte die Kreuzfahrerburg stehen. Und ich fand es jetzt auf dem letzten Merk echt bemerkenswert, wie schön abwechslungsreich das Terrain ist. Weiter hinter uns, also quasi vor ein paar Minuten, für mich zumindest so vor 9 Minuten, war noch echt Wüste und Gelb und einfach nichts. Und auf einmal kleinere Dörfer, eine größere Stadt. Und jetzt wird es hier auch langsam wieder grüner. Schöne Farbwechsel. Gefällt mir. Und dann mal schauen, was wir da vorne sehen. Und da sehe ich doch eine Burg. Cool. Ja, ich fliege diese langen Legs mit Autopilot. Dann schauen wir uns die Burg doch mal aus der Nähe an. Ja, nur weil ich ein bisschen sinke. Mann, 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 Mann. Vielleicht sollte ich einfach direkt unterhalb von 5000 Fuß bleiben. Mann, 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 Mann. Kannst du Eine Kreuzfahrerburg von, ja, ich glaube so um das Jahr 1000 oder 1030 oder sowas um den Dreh. Schön von den Kreuzzügen. Noch ein Weltkulturerbe, das wir abhaken können. Schön, dass die hier steht. Cool, hier sogar richtig viele Bäume. Schick. Dann verschlägt es uns in den Norden und zwar zur Altstadt von Aleppo. Die Altstadt von Aleppo ist auch ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, schon seit 1986. Die Kreuzfahrerburg übrigens erst seit 2006. Für mich ist das Steuerpunkt 4, Wegpunkt 4 möchte ich als Steuerpunkt haben. Das sollte Aleppo sein und als letztes, das kann ich eigentlich schon mal spoilern, weil ich weiß nicht, ob das modelliert sein wird. Als letztes werden wir, oh, da hört die Straße einfach auf. Als letztes nach der Altstadt von Aleppo werden wir uns antike Dörfer in Nordsyrien angucken. So ist es bei Wikipedia betitelt. Teil des UNESCO-Kulturerbes seit 2011. Und 11, das sind irgendwie so um die 40 Dörfer, die teilweise auch nach Ruinen und sowas aussehen. Mal schauen, ob wir da was entdecken werden. Ich bleibe skeptisch. Ich glaube nicht, dass das modelliert ist. Falls doch, werde ich gleich sehr positiv überrascht sein. Kleiner Rastplatz oder sowas. Das ist echt schön, wie abwechslungsreich das Terror hier ist. Unglaublich abwechslungsreich. Auch diese ganzen kleinen Hügelchen. Das schon, das schon deutlich was anderes als sonst. Das ist schon, das könnte ich nicht mehr sehen. Das sieht schon schön aus, wie sich Aleppo da langsam ins Bild schiebt. Ah, Wasser sah kurz aus wie so ein Feld von Solardingern. Und das ist also Aleppo, die Stadt kennt man definitiv auch aus den Nachrichten der vergangenen Zeit. Und das da unten könnte doch die Altstadt sein, oder? Jetzt habe ich den Wegpunkt aus dem Blick verloren, aber wir drehen gleich sowieso nochmal eine Runde rum. Und das ist echt schön, dass ich hier immer noch 60 FPS habe, selbst wenn ich hier irgendwie mal komplett reinzoome. Ah, schön, die Burg. Cool. Auch wenn sie gefühlt doch sehr einfarbig ist, aber cool. Das ist schon eine sehr große Stadt. Na, dann schauen wir doch mal, wo ich den Wegpunkt hingelegt habe, denn da soll die Altstadt angeblich drauf liegen. Und die Altstadt gehört zum Kulturerbe. Ich glaube, ihr könnt das Wort langsam nicht mehr hören, oder? Ja, okay, gut. Klar, dass der Weg... Ich hätte... Also eigentlich, ne, mit ein bisschen Nachdenken. Aber ja, auch drumherum sieht man unterschiedliche Gebäudetypen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sogar im Tiefflug, die FPS bleiben stabil. Das ist nicht... Das ist wirklich nicht schlecht. Die Karte ist schon gut optimiert, aber da ging es mal kurz runter 59, 57 mit einem kurzen Ruckler. Aber das ist deutlich besser optimiert als manche andere Karten zum Start und deutlich besser optimiert als manche andere Karten heute noch. Das gefällt mir gut. Schön. Dann haben wir noch eins auf der Liste, von dem ich glaube, dass es nicht drin ist. Und das ist mein Steuerpunkt 6. Ich habe es gerade schon gesagt. Ja, eine große Liste von antiken Dörfern. Mal schauen, wie viel wir davon sehen werden. Das ist so schön, wie sich das abgrenzt. Der Wegpunkt, den ich gesetzt habe, der ist nicht genau. Schau, es ist halt eine große Anzahl von Dörfern, die sich ja so auf einer Parallel... Also stellt euch mal eine Linie zwischen Aleppo und Idlib vor und verschiebt diese Linie ein bisschen in den Norden. So ungefähr da sollten diese Dörfer sein. Also so quasi da. So ganz grob. Deshalb fliegen wir jetzt einfach da lang und schauen mal, was wir so entdecken. Das wird wohl kein antikes Dorf sein, vermute ich. Wir schauen einfach mal und ich glaube, den restlichen... Ach, wir haben ja noch 5000 Pfund da. Kann ich ja mal ein kleines bisschen Gas geben, mal ein kleines bisschen rausholzen. Na zumindest sind da vorne schon mal irgendwie sowas wie Gebäude. Wenn die das doch modelliert haben, ne? Ich glaube, das finde ich dann richtig cool. Ansonsten, wenn es nicht modelliert ist, haben wir eine Quote von 4 von 6. Wenn das jetzt noch drin ist, haben wir eine Quote von 5 von 6. Ne, das sieht aber zu modern aus. Die Häuser sind zu hoch. Ne, kein antikes Dorf. Das ist nicht antik. Das ist definitiv auch nicht antik. Also kleine Dörfchen sind da. Aber nichts, wo ich sagen würde, das ist UNESCO-Weltkulturerbe. Das hier ist schon kein Dorf mehr. Auch wenn es nicht mehr so dicht besiedelt ist. Vielleicht hätte ich für dieses Video die Turbulenzen etwas runterschrauben sollen. Darüber habe ich nicht nachgedacht, dass das ja ziemlich wackelt. Hier sind nur ein paar Wäldchen. Hier sehe ich ja jetzt keine einzige Hütte mehr. Viel zu modern für antike Dörfer. Vielleicht doch da unten. Ne, das sind doch auch schon wieder zu große Gebäude. Nö, schade. Schade, ich glaube, dann bleibt es bei 4 von 6. Ja, das sieht so aus, als bleibt es bei 4 von 6. Keine antiken Dörfer und kein Amphitheater in Bosra. Aber den Rest haben wir erfolgreich gefunden. Nebenbei, also was heißt nebenbei? Dabei haben wir uns die komplette Karte eigentlich schon fast angeguckt. Und ihr habt nebenbei noch ein bisschen was gelernt. Dann suche ich mir mal den nächsten Flughafen zum Landen raus. Und nebenbei kann ich euch noch kurz die F10-Karte zeigen. Weiter kann ich nicht rauszoomen. Hier kann ich noch ein bisschen verschieben. Aber will sagen, hier ist auch genug Wasser drin. Wenn man mal hier von der Landspitze ausgeht. Und das sind immerhin 327 Meilen und von hier oben immer noch knappe 280. Also da ist genug Wasser für Carrier Ops. So, eigentlich könnte ich in... Oh Gott, wie spricht man das aus? In Inchilic. Ich bin echt schlecht in Sprachen. Eigentlich könnte ich in Inchilic landen, oder? Wenn ich jetzt sowieso schon hier bin, schaffe ich das noch? 66 Meilen, ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Gesagt, getan. Immerhin ist Inchilic auch für uns irgendwie ein bisschen relevant. 2016 und 2017 waren dort immerhin deutsche Tornado-Aufklärungsflugzeuge stationiert. Und das Kontingent hatte mindestens noch einen A310-Tanker dabei. Ich weiß aber nicht, ob der auch da stationiert wurde. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass auch unsere Tornados genau diesen Anblick gehabt haben. Also hey, warum nicht auch einfach mal selbst fliegen, wenn wir schon diese Karte in DCS haben. Ich habe gemütlich das Tarkan reingedreht, gemütlich das ILS reingedreht. Und einfach mal drauf geflogen. Das ist jetzt schon definitiv Staatsgebiet der Türkei, über dem wir gerade fliegen. Sieht aber auch rein von den Farben her erstmal gar nicht so anders aus. Ich meine, das ist ja auch direkt im Norden davon. Warum sollte es da grob anders aussehen? Die für mich fast interessanteste und coolste Neuerung auf der Karte war, definitiv im Landeanflug zu sehen, denn es gab eine voll funktionstüchtige Anflugbefeuerung für die Landebahn. Das voll super, bitte auch in den anderen Karten, ganz dringend. Das würde ich echt feiern, wenn wir das hätten. Das fehlt anderswo definitiv. Cool, dann sind wir aber eigentlich soweit mit dem Video durch. Viel mehr wollte ich euch hier gar nicht zeigen. Es gibt noch andere Weltkulturerbstätten. In Libyen, da gibt es noch eine ganze Menge. Da können wir mal vorbeigucken. Und ja, eigentlich müsste man sich auch mal Beirut angucken. Das habe ich allerdings ganz bewusst heute gemieden. Denn Videos mit Bezug auf aktuelle Ereignisse, vor allem aktuelle Tragödien, sind auf YouTube, ja, das ist was Besonderes. Und eventuell wird das dann auch nicht ganz so werbefreundlich. Und ja, es zieht so ein Rattenschwanz nach sich. Das hinterlässt ein gewisses Geschmäckle. Und ich denke, ich werde die Repräsentation von Beirut in Videos auf diesem Kanal erst einmal eingeschränkt halten. Auch wenn ich mir das Städtchen ohne Kamera definitiv noch angucken werde. Habt ihr euch die Karte geholt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare unten drunter. Ich finde sie auf... Wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, ich finde sie extrem gelungen. Dann, Stand jetzt, ist es für mich die coolste Karte in DCS. Da, so leid es mir tut, da kann auch der persische Golf nicht mithalten. Mal ganz abgesehen davon, dass sie wirklich ultra performant ist. Also, ziemlich genau jetzt gehen meine FPS so ganz leicht runter, aber wirklich auch nur, ja, fast einstellig runter. Wenn man auf dem Boden ist, ja, okay. Es war halt irgendwie schon immer so, aber ist nicht kritisch. Es geht nicht in den 30er oder 20er Bereich oder sowas. Performance mäßig auf jeden Fall top. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Angucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!